ich bin wieder hier das heißt die ganze rätsel geschichte müssen wir noch mal machen das heißt hier runter das ist jetzt nicht ernst dass ich mir da den fuß gebrochen habe weißt du was wir haben so viele pilze ich mache es bei dir selber eine dann macht ihr ganz viele manatränke dass das immer ausgeblendet werden muss und jetzt macht jeden von dem weiten bitte einen heiltrank er zwei heiltränke das antivenom haben wir noch nicht das dürften wir finden so hier war daheim da ist noch pilz hier war die ganze munition die wir nicht brauchen da lang da lang darunter klettern ich weiß ich spruche diese kokos einfach ständig neue spinnen aus es wäre nicht ziemlich garstig genau das antivenom und die schlüssel die dietrich so hier wieder hoch so rum so und dann können wir hier raus und gut ist noch ein pilz ich sollte eigentlich noch ein paar antivenoms bauen für jeden mindestens dass jeder von den vorderen mindestens einen hat antivenom war nicht so das war so genau und so ich mag dass ich das dafür ein pilze darauf gehen müssen aber was muss das muss hier können wir nicht runter klettern nein das sind die gewichte im weg die einfach nutzierte sind so färg ist geier finden wir hier unten ja zum glück genug genau da war ging es nach unten die halt hier sind wir runter das ganz schön weit abseits vom schuss das ist das ganze stück vor anders ja hier hinter sind die spinnen hier können wir runter klettern theoretisch hier ist das ach so ja ok hier sind jede menge spinnen licht geht aus und da ist das simulkar rum ich habe schon eine idee was das macht genau das verschiebt einfach diese dinger so dass wir dadurch könnten theoretisch also ja denken wir mal kurz auf dicken wir das ding mal kurz auf warte was ach so das schiebst du schiebst sie einfach zurück ja scheinbar das heißt wir müssen gucken dass wir in die obere ecke kommen da ist der schalter heißt theoretisch müssten wir eigentlich nur alles hier rüber schieben oder ne weil hier ist auch ein hebel aber wir könnten den da hinschieben den da hinschieben gucken wir mal ne den können wir gar nicht den können wir nur in die richtung schieben hey hä ach so du bist auf der anderen seite ich dachte schon wo kommst du jetzt auf einmal hier aber ich habe so das gefühl ich mache mit dem simulkar rum auch das hier alles auf ne lassen wir mal gut sein ich könnte immer noch hier lang gucken hier geht es zu dem anderen blauen kristall also hier sind die kristall höhe mit dem blauen kristall der eine verarschung war also ja ist keine verarschung es ist eine falle ich könnte den benutzen oder ich bin ich erst noch mal mit den spinnen an also wenn ich da runter falle dann müsste ich okay das dürfte ich gerade so hinkriegen dass wenn ich runter falle ich nach rechts einen abflug mache und da sind noch andere nicht nur die bekannten betrachter jetzt siehst du mir eigentlich leben wenn du das machst okay da ist das andere viech was blind macht okay ich habe es eingefroren das ist schon mal gut dass ich es einfrieren kann offenes gebiet ist nicht so gut wenn ich eingekesselt werden kann paralyse ist nicht so schlimm wow okay du machst diesen druck als zauber so einer von euch beiden ist weg schon mal du trinkst einen mana trank die können wir uns mehr als genug leisten der furzt mich einfach an so ist jetzt ruhe im karton hoffe ich mal hier kriegst du die delikate zunge hat noch jemand hunger ja so bei den anderen beiden geht es noch grad so wohlsten habe ich wieder alle gehst du wieder aus nein diesmal nicht jetzt könnte ich mich erst mal hier umgucken kurz hm okay du öffnest noch einen ach kommt schon ach kommt schon ach kommt schon ne das war will ich mir jetzt nicht noch mal antun jetzt habe ich einen protection shark bekommen ja komm ich speichern mal und versuch das noch mal zu triggern ich glaube wenn ich was reinlegen und wieder rausnehmen kann ich es noch mal triggern p116 dazu kriegst du mal kurz äh den hier du legst den rein und nimmst ihn wieder raus okay killst du für mich netter weil du so nett wie du bist auch die anderen da du aber nicht immer nett bist ne giftbombe weil ich kann ihm vergiften so gucken wir dass wir dich loswerden äh so hier sind wir nämlich in irgendeinem abgeschlossenen bereich hier liegen noch zwei pfeile munition munition sehr viel munition und und ein halbpitz ok das hat sich gelohnt hier rein zu gehen hat sich definitiv noch mal gelohnt ok jetzt können wir uns in aller ruhe hier unten um gucken ob hier noch mehr munition rum liegt da wäre noch ein weg nach oben und das war's ja das heißt diese sequenz hier dieses dinge gebiet hier das gebiet hier und die grube runter das haben wir noch dumm 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 äh haben wir sonst noch was naja komm dich brauchen wir nicht wir können alles hier rein stopfen genauso wie dich und dich ach und die beiden sachen auch gleich so brauchen wir die drei kilo schwere holzkiste nicht mitschleppen hier fehlt wirklich nur noch das ding hier die ist so schön leicht die rüstung und so stark deswegen hat sie mehr protection als er schon die rüstung ist eigentlich auch nicht schlecht ist die besser nein die ist sogar schlechter naja egal das ist wohl wirklich die beste rüstung ich habe so das gefühl die restlichen drei teile können wir hier finden ok also nochmal speichern lp 117 und dann gibt es jetzt erst einmal wieder ein cut auch wenn er heute etwas früher ist vier minuten aber den rest gucken wir uns dann in den kristallminen später an also es gibt einen kristallkern und es gibt einen eingangsbereich ok ja hier sieht so aus ob es da weiter darum geht das können wir uns dann hier angucken alles also erstmal wieder hier runter unten die spinnester säubern und dann das gebiet und alles das okay also bis dann